hallo meine lieben und welcome back bei mir mein name ist steffi und ich bin unabhängige sensi beraterin habt einen wunderschönen sonntag der himmel ist blau die sonne scheint und wir sitzen hier mit kermit dem frosch kaffee und natürlich der frage was habe ich die letzten tage erwartet es ist diesmal wirklich beschaulich also es tut mir schon fast ein bisschen leid na aber es waren tatsächlich nur zwei bars aber ich habe mir was überlegt denn ich bin ja momentan dabei meinen club aufzuräumen sprich sachen raus zu schmeißen die ich doch nicht mag sachen drin lassen auf dich nicht verzichten möchte deswegen ich bin ja schon die ganze zeit ich sag sie eigentlich schon die ganze zeit dass unser aladdin der jetzt wohlbemerkt rausgeflogen ist den kann man nicht mehr kaufen noch habe ich ihn im club aber ich sage ja immer habe ich gesagt aladdin riecht so wie eine mischung zwischen angel und blueberry rush deswegen habe ich mir gedacht da ich ja nur zwei dürfte verdüftelt habe werdet ihr jetzt live dabei sein also fast live wie ich während wir hier dieses video drin und ich da ein bisschen quatsch ich sehe gerade ich habe schon wieder haare im kaffee 5 katzen ist das fein wirklich wahnsinn ihr werdet dabei sein wie ich die beiden hoch die beiden mischen werde um zu gucken ob ich den aladdin zusammen bekommen weil ich bin wirklich am überlegen fliegt die angel oder fliegt aladdin also einer von einer von beiden muss gehen also ich will ja eigentlich gar keinen raushauen ja aber ich habe heute nacht schon wieder solche mega neuigkeiten erfahren der november wird bombastisch ich sag's euch riecht ja jetzt schon fast wie aladdin so wir machen da mal mein lämpchen an also ich denke mal also hier ein würfel angel ich hätte vielleicht eine lampe mit glühbirne nehmen sollen würde vielleicht schneller gehen da hätten vielleicht schon ein paar nein meine christelle ist die mache ich jetzt nicht an und hier ein würfelchen blueberry rush ich mache das aus dem grund hier vor meiner nase im büro dass ich gleich riechen kann die richtig die hier jetzt schon ich kann mich nicht entscheiden ich habe nur noch bis zum vierten zeit das wird wieder ein drama ein drama naja dann machen wir jetzt hier mal unsere zwei also den ich ja in der küche ich habe mir gedacht ich habe noch mappets ich schmeiße mit den in die küche mach auf und rieche und denke mir wow ja fruchtig brauche ich in der küche ich tue ihn in die küche rein er ist geschmolzen ich komme wieder und denke mir was riecht hier so muffig ja habe ihn aber vorher noch in den club geschmissen habe mir gedacht der riecht geil ich brauche den ja nachdem ich ihn dann in der lampe verflüssigt gerochen habe habe ich ihn auch gleich wieder aus dem club geschmissen ja also der das ist wirklich auch ein duft der spaltet nicht der spaltet mich prickelnde melone kirschbeere und sonnige spanische orange begeistern das applaudierende publikum während cremige vanille selbst die mürrischsten zwischenrufe auf dem balkon besänftigt also ich denke das ist die kirschbeere ich glaube ich habe das schon mal gesagt aber da ist irgendwie noch dass irgendein gewürz drin also ehrlich es riecht für mich wie wenn da irgendein gewürz drin ist und das macht den muss ich das macht den echt muss ich jetzt habe ich noch zwei volle basta ich überlege mir was ich damit noch macht aber am anfang wo ich aufgemacht habe ja fruchtig ja das war die melone und die orange und ich habe mir gedacht vielleicht riecht er auch so wenn er warm ist nein leider nein deswegen ihn gleich wieder aus dem club geschmissen ich habe jetzt hier da noch einen würfel drin und dann noch zwei geschlossene bars ich habe keine ahnung ach leute ich hätte doch eine lampe ich hätte echt eine lampe mit glühbirne nehmen soll bald hier ist ein led und das dauert jetzt ewig gut dann den habe ich natürlich im club weil ich hatte ja einen das war mein eigentlich mein letzter einziger bar und den habe ich ja gehütet wie meinen augapfel und nachdem ich gesehen habe dass er wieder kommt konnte ich ihn endlich verballern und habe auch schon wieder nachschub der ist einfach er ist einfach mega geil er ist einfach mir gewinnt sie verschneite wälder und warme vanille also vanille muss ich sagen ist minimal also es ist wirklich so also normalerweise also ja wenn man hin riecht zu wien ist so wie ein pfefferminz aber dezent er ist wirklich dezent ich habe jetzt fünf würfel im wohnzimmer aber er ist gut er ist echt gut ja das ist wirklich so dass man durch die verschneiden wälder läuft ahja das ist der ist mein disney winter duft mega ich lese euch jetzt trotzdem noch mal die duftbeschreibungen von angel und von blueberry rush vor also die angel hat goji beeren brombeeren süße vanillecreme und zuckerrohr und der blueberry rush eine süße woge reifer heidelbeeren dominiert ein üppiges bouquet von lebhaften preiselbeeren schwarzen johannisbeeren und granatapfel und im aladdin ist drin saftige heidelbeeren gezuckerte pflaume reife brombeeren frische preiselbeeren also preiselbeeren wie schon gesagt ist auch im blueberry rush drin brombeeren zum beispiel sind angel mit drin ach ja es ist wirklich es ist wirklich schwierig ne es ist echt schwierig also der blueberry rush ist halt ein bisschen ein touch fruchtiger ein bisschen herber wie der aladdin also der aladdin ist geht echt ein bisschen mehr ins süße rein das ist eben diese süße vom angel aber wie schon gesagt die sind in kombi ja ich muss das echt austesten und ich muss das hier vor meiner nase austesten weil sonst ja aber wie schon gesagt ich habe hier element wärmer das kann ein bisschen dauern bis ich hier es ist schon ein bisschen angeschmolzen aber halt noch nicht dass man riechen könnte leider nein aber ihr werdet es spätestens nächste woche erfahren da ich meinen club nur noch bis zum vierten ändern kann erfahrt ihr das mit sicherheit so das war es von mir leider nicht lange aber es liegt auch daran dass ich nicht so viel erwärmt habe weil ich jetzt schon diese woche angefangen habe meine sachen wegzustellen da ich ja dieses verlängerte schöne wochenende nutze um mein weihnachtszeug zu dekorieren ja ich habe es mir schon im keller bereitgestellt oh mein gott ich denke mir jedes jahr what the fuck wer kann so viel weihnachtszeug haben vor allem wo steht das alles aber ich habe es echt immer alles untergebracht also und jetzt habe ich ja auch wieder was gebastelt also das nimmt ja dann noch mehr platz weg und ich glaube ich muss dann meinen keller irgendwann mal anbauen ansonsten kann ich auf dem dachboden noch ausweichen ich glaube da steht jetzt nichts mehr ich denke ja alles im keller aber ich muss ja noch hier meine weihnachtslampen und diffuserschirme und was ich nicht noch alles habe muss ich ja auch alles wieder runter tun und es muss ja dann noch geputzt werden fenster geputzt die lichterkennen ran gemacht werden neue vorhänge hin gemacht werden ihr kennt das es artet im endeffekt dann wieder in stress aus aber wenn es fertig ist ist es natürlich umso schöner deswegen meine lieben wenn euch das video gefallen hat lasst mir doch bitte ein abo da ein däumchen da dass ich sehe dass es euch gefallen hat empfehlt mich weiter schaut euch mal auf meiner homepage um da gibt es jede menge schöne sachen und weihnachten ist schneller da wie ihr schauen könnt deswegen bis dahin macht's gut